Morgens vor dem Schminken aufgetragen, hält der Sonnenschutz leider nicht den ganzen Tag und sollte immer wieder aufgefrischt werden. Mit diesen Tipps gelingt's. Make-up mit Lichtschutzfaktor verwenden Die wohl einfachste Methode, um den Lichtschutzfaktor aufrecht zu erhalten, ist es, Produkte zu verwenden, die diesen bereits enthalten. Mit Foundation, Make-up und Puder mit Lichtschutzfaktor kannst du jederzeit dein Make-up auffrischen. Da der Lichtschutzfaktor bei vielen Produkten jedoch nicht ausreicht, solltest du diese Tipps beherzigen. 1. Sonnencreme mit Beautyblender auftragen Damit verschmiert nichts und du bekommst einen hübschen Glow. 2. Lichtschutzfaktor-Sticks oder Sprays verwenden Die Anwendung ist leicht und sie lassen sich leicht über das Make-up legen. 3. Natürliche Looks bevorzugen Um die Haut zu schonen und optimal zu schützen, sollte die Priorität im Sommer auf dem UV-Schutz liegen. Lass dein Make-up doch öfter mal weg und lass deinen Sommertin ganz natürlich strahlen. Dann ist das Auffrischen ein Kinderspiel. 2.soever werden welche np. Einfohル beendet 3.soever zus 4.aso 3. wahrscheinlich 5.